Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind zurück, Block Nummer 3. Ich fahr grad nach Frankfurt, hab da einen kleinen Auftrag zu machen und dann geht's wieder nach Rickinghausen. Dann geht die ganze Arbeit weiter. Oh, hey, 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 hey. Jetzt noch kurz tanken, meinen Kaffee holen und dann gehen wir nach Frankfurt, ja. Würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas filmen unterwegs, weil ich halt am Fahren bin. Ich bin schon am Fahren, okay. Tschüssi. Was geht ab? Ich bin grad in Frankfurt angekommen und jetzt packe ich kurz meine Sachen raus. Dann geht's nach oben, ins Studio. Interview aufnehmen und dann gucken wir weiter, ne. Bis gleich. Ich war in Frankfurt, hat da einen kleinen Auftrag zu machen, ein kleines Video. Würde mal alle Sachen einpacken, dann warte ich kurz auf Gashi, spiel mal Runde Ping Pong. Tap, 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 tap. Mal gucken, was die Woche noch so abgeht, auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Woche, mal gucken, was so auf uns zukommt. Auf uns, ne, wir sind eine Familie hier. Einmal bitte vorstellen. Guten Tag. Guten Tag, ne, das ist ein wunderschöner, guter Tag. Das ist der Gashi, der wird jetzt hier im schönen Tischtennis wie viel verlieren? Gewinnen, meinst du? Gewinnen? Meinst du, gewinnen? Sag. Das gibt mir Mühe. Du gewinnst? Okay, wir gucken, wie es ist. Wir sagen gleich, wer gewonnen hat, okay? Was sagst du dazu, mein Lieber? Glückwunsch, Gratulation zu deinem Sieg. Ist so, ne? Der Schweizer hat gewonnen. Hast du gut gelassen? Ja, der Schweizer hat gewonnen. Drei, zwei. Drei, zwei. Ist doch okay. Ist akzeptabel. Kann man verlieren. Guck, der baut schon zusammen, der hat keinen Bock mehr zu spielen. Ist so. Wer ist der nächste Gegner? Komm, eins gegen eins, Junge, komm. Komm, komm, komm. Cringe auf deinem Block, ja? Jetzt bist du nochmal cringy, ja? Ja, oh shit. Masri, du bist das erste Mal, komm. Nein. Was nein? Letztes Mal. Masri, langsam hast du doch Erfahrung mit Colin. Ja, aber ich werde ja sonst bezahlen dafür. Ja. Gibt's sowas? Ja, aber ich gebe dir später, weil ich bin am Fahren. Okay. Gerade ein bisschen schwerer. Ja, aber ich gebe dir später. Ich gebe dir später. Okay, ich freue mich. Mic check, Mic check. Wir fahren gerade zum Festival in Bonn und Wetter ist Festivalwetter. Ja? Ja, voll. Man merkt, die Laune ist auch geil. Ja, genau. Man merkt, wir sind alle motiviert. Oh, scheiße, ich muss hier jetzt. Nein, nein, ich kann hier bleiben. Nee, guck mal. Voila, du kannst hier bleiben. Wir müssen da ein paar Sachen machen. Wir müssen ein bisschen abgehen jetzt hier. Genau. Und reißen die Bühne ab. Und dann geht's auch schon wieder nach Hause. Aber ich guck, dass ich ein paar Aufnahmen machen kann während dem Festival. Was ein bisschen schwierig ist, weil du musst ja auch noch Aufnahmen machen. Genau, das ist es halt, ne? Auch das kriegen wir schon hin. Willst du was sagen zu der Niederlage von gestern? Ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Und du hast gestern einen Korn gefunden, ne? Oder ich habe Korn meines Lebens gefunden. Entspann dich mal, ja. Ich spiele einmal im Jahr Fifa. Entspann dich? Und da gewinne ich irgendwie mit. Kennt ihr so Leute, die einmal was erreichen und dann feiern die sich ein Jahr darauf ab? Normal. Du bist richtig dankbarer, ne? Oder ich bin sehr dankbar, dass ich gestern gewonnen habe. Nein. Es wird nie wieder ein Spiel, den ich nie mitgegeben. Und ich werde immer nervt. Du wendest Karriere jetzt. Wende Karriere, Bruder. Wenn Marouane ein ehrenhafter Mann ist, dann seht ihr heute Abend den zweiten Teil. Backstage, ne? Hier. Caterine. Da musst du das glauben von der Band. Ich zeige euch den Backstage von der Band. Backstage von der Band. Es geht. Es geht. Es geht. Guck, was die haben. Wasser, Wasser. Warte. Boah, Junge. Was ist das? Was ist das? Jetzt guck mal bei meinem Backstage, wie der aussieht. So werden Kameramänner und DJs behandelt. Der musste das einfach glauben. Der hatte nicht mal eine Rückenlehne. Wir haben hier, guckt das Leder, das Stoff. Wir müssen das Kram von nebenan. Was ist das denn? Ja. Auf jeden Fall. 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 Guck wie der chillt da hinten. Ja, Mann. Verdient. Verdient, meinst du? Ja. Show ist vorbei. Okay. Was sagst du? Ich? Ja. Das war krass, Leute. Das war einfach krass. Krass? Ich nehme den Bruder auseinander in FIFA später. Ja, so. Punkt. Fertig. Ende. Fuck mich nicht ab, mein Junge. Willst du noch gefickt werden in FIFA? Das war eine Runde zocken, Alter. Da wurde schon gefickt. Ich würde das schon mal sehen. Ja? Ja. Lass die Kamera laufen. Lass die Kamera laufen. Friends, mögen die Spiele beginnen. Möge die Schlafenszeit beginnen. Und ich wünsche allen gute Nacht. Ich hoffe, dieser Vlog hat Spaß gemacht. Hä? Hä? Wo ist das denn? Lass doch Kamera laufen. Ich gehe pennen, Bruder. Ich spüre meinen Körper nicht mehr. Wir sind auch schon hier. Und ja, bis zum nächsten Mal. Peace out. Lass ein Like da. Abonniert, kommentiert. Und bleibt Bescheid, wenn ihr irgendwo spezielle Wünsche habt. Peace out.